Was brachte dich für diesen Film ein ungewöhnliches und heikles Thema zu wählen? Das ist jetzt das erste Mal, dass er von Menschen gesehen wird, die keinen jüdischen Background haben. Der lief auf vielen jüdischen Festivals. Ich bin darauf gekommen, man sieht ganz zu Anfang des Films ein kleines rotes Haus. In diesem Haus wohnt meine Familie. Meine Frau ist aus Panama und ihre Familie ist vor 30 Jahren aus Panama nach New York gezogen. Wir sind zwei, dreimal im Jahr in New York. Und eines Tages hörte ich dann davon, dass erzählt wurde, also die Juden, die haben jetzt hier Drähte, die spannen so von ihrem Haus an irgendwelche Masten und jetzt gelten für die keine Gesetze mehr. Da habe ich gesagt, Leute, das kann nicht sein. Also was heißt jetzt gelten? Und es war wirklich so, ich habe gesagt, fahren die bei Rot über die Ampel und das macht nichts. Oder was passiert? Ja, das wusste man nicht genau, aber auf jeden Fall machen die jetzt, was sie wollen. Und dann habe ich das zwei, dreimal bei Besuchen immer wieder gehört. Und dann habe ich gesagt, jetzt bringe ich meine Kamera mit und krabbele mal auf so ein Hausdach und suche diesen Draht. Guck mal, was das wirklich ist. Und ich lerne also diese jüdische Gemeinde kennen und bin da sehr, sehr nett aufgenommen worden. Und habe auch erst mal Tage ohne Kamera mit denen in der Synagoge verbracht und bei Treffen und so, wo ich das große Glück hatte, dass dort eine Journalistin in der Gemeinde war, die einen Film von mir gesehen hat, nichts als die Wahrheit, einen Film, den ich als Schauspieler gemacht habe über einen fiktiven Mängelprozess. Und die hat gesagt, Mensch, Sie sind hier, ich will gerne mit Ihnen ein Interview für die New York Times machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das mal so. Wir machen ein Interview für die Times und ich kriege ein Interview mit Ihnen. Und da war dann so der Einstieg und man hat sich auf einem Niveau des Vertrauens getroffen. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich einigermaßen verstört, muss ich sagen. Ich habe mich gefragt, was eigentlich seltsamer ist, dass sich Menschen solche bizarreren Glaubensregeln unterwerfen oder dass sie noch bizarrere Zusatzregeln erfinden, mit deren Hilfe sie dann die ursprünglichen Regeln etwas abmildern. Und im Film hat man zwischendrin immer wieder das Gefühl, dass den Leuten selbst irgendwie bewusst ist, dass es doch etwas seltsam ist, was sie da tun. Wie war dein Eindruck bei den Gesprächen? Hatten die orthodoxen Juden, mit denen du gesprochen hast, Zweifel auch an der Sinnhaftigkeit dieser Regeln und war ihnen bewusst, dass das aus einer distanzierten Perspektive irgendwie tragisch komisch wird? Ja, also was du beschreibst genau, so ist es und so war es. Das ist eine sehr, sehr lustige Gemeinde gewesen. Sehr humorvolle Menschen, die irrsinnig viel gelacht haben und die sich auch selber sehr auf die Schippe nehmen können. Und ich hatte eine ganz, ganz sympathische, unheimlich nette Zeit mit denen. Die in mir sicherlich jemanden gefunden haben, der sich sehr für Religion und ob ja oder nein, woher auch immer, interessierte. Ich habe denen nur zugehört. Also es ist ja ein Geschenk, was man bekommt als Dokumentarfilm. Man geht wohin, jemand öffnet seine Haustür und erzählt einem wirklich über sein intimstes Privatleben etwas. Seinen Glauben, seine Religion, sein Leben. Und man kann ja nur dankbar sein und zuhören. Und so saß ich da auch immer. Und die haben selber ja alles gesagt, ohne dass da irgendwie, ich wollte nie eine Meinung da reinbringen und sagen, ich glaube aber, das ist richtig oder falsch. Und ich wollte nur erfahren, wie leben die ihr Leben. Und die finden das selber auch sehr lustig, was sie da machen. Nicht alle, ja. Also manche finden, nehmen das nur ernst. Aber die Leute, die das mit Humor sehen, die sagen, so ist es nun mal. Und das ist, ich habe mal den Trick gehört, dass es ja auch die Maultasche gibt, glaube ich, damit man Fleisch essen kann, wenn man es eigentlich nicht soll. Damit das irgendwie so eingedickelt ist. Und so ein bisschen ist der Aerof so eine Art Maultasche, glaube ich, dass man etwas tun kann, was man eigentlich nicht sollte. Und ich habe immer gesagt, aber Leute, wenn ihr doch wisst, dass es nur für euren Kopf ist, im Grunde genommen, dann lasst doch den Draht weg und macht den Aerof im Kopf. Und das geht aber nicht. Und da hört auch der Spaß auf. Und das ist ganz spannend, dass es für sie ganz klar ist, der Aerof funktioniert nur dadurch und auch ihr ganzes Leben, ihre ganze Struktur funktioniert nur, weil man es tut. Und nicht, weil man es denkt, sondern der Draht muss da sein. Und man sieht das einmal, dass so ein Teleformmast umgefahren wurde und zerstört ist. Dann ist wirklich Aerof Alarm. Und dann ist auch Schluss mit lustig. Dann geht man nicht mehr aus dem Haus. Man darf zumindest nichts mehr tragen. Diese Gruppe von Orthodoxen ist begrenzt. Es gibt andere Orthodoxen, die sind in einer anderen Synagoge. Für die ist das Quatsch. Die sind aber auch orthodoxe Juden. Und es geht dabei wirklich um Kleinigkeiten, Kleinigkeiten um eine Straßenbreite. Zum Beispiel, wie viel Feed darf eine Straße breit sein, bevor sie public-public wird. Also wenn sie zu öffentlich ist, weil sie zu groß, so groß ist, dass da pro Tag mehr Leute als die erste jüdische Wanderung, als die losgezogen sind, durchpassen würde, dann ist sie auf keinen Fall privat. Also dann ist sie auf jeden Fall public-public. Und da kann man mit Aerof nichts mehr machen. Also man muss manchmal an Woody Allen denken, wenn man das so sieht. Aber neben diesem lustigen Aspekt gibt es ja auch wirklich einen Verstörenden. Und der hängt ja damit zusammen, dass der Film eigentlich sehr mustergültig zeigt, dass das multikulturelle Zusammenleben sehr, sehr schwierig ist. Im ersten Moment denkt man dann, okay, warum soll mich das stören, wenn die unsere Telefonleitung als Schabbatzaun betrachten. Aber mit der Zeit stellst du dann fest, dass sich ja die Umgebung langsam verändert. Und du wirst eben schief angeschaut, wenn du bei so einem Wetter den Regenschirm aufspannst, weil das nämlich von orthodoxen Juden als Bau eines Zeltes interpretiert wird, was natürlich am Schabbat strengstens, allerstrengstens verboten ist. Wenn man das bedenkt, dann kann man auch durchaus verstehen, dass sich Menschen dagegen ja sehr vehement wehren, wie auch dieser liberale Jude, den du interviewt hast, oder? Ja, das Problem ist dann natürlich dadurch, dass diese Telefonleitung, also man kann einen Aerof auf verschiedene Art und Weise designen. Wir haben das ja gesehen, da gibt es zwei ganz dicke Bücher, die sich nur damit beschäftigen, wie ein Aerof zu bauen ist. Und der eine Herr, der davon erzählt, dass er nachts angegriffen wurde oder bedroht wurde, der ist Aerof-Designer. Der designt auf der ganzen Welt Aerofs. Man kann das aus verschiedenen Dingen tun. Das muss nicht so ein Draht sein. Der Draht bietet den großen Vorteil, diese Telefon-Poles, die gibt es sowieso. Und man kann mit diesem Lechie, mit so einer kleinen Modifikation, den Draht eben, wie erklärt wird, oben richtig rüberlaufen lassen, dass der nicht daneben ist, sondern darüber. Wo es sowas nicht gibt, wie in London, wo zum Beispiel ein Aerof gebaut wurde jetzt, muss man entweder oberirdisch etwas sehr Kompliziertes konstruieren, was natürlich alle ärgert, die das nicht haben wollen, weil plötzlich diese Sachen da alle stehen. Die brauchten kein Telefonkabel. Das wird da dann hingemacht, damit man ein Aerof hat. Also das bringt ganz, ganz viele Probleme mit sich. Und wie das da auch angedeutet wird, eben die Hauspreise steigen ganz enorm, was große Probleme mit sich bringt. Und das geht alles so weit, das kommt jetzt in dem Film gar nicht zur Sprache, dass zum Beispiel in New York, dort werden die Steuergelder immer sehr zweckgebunden eingenommen. Und aus dem Geld, was man durch Grunderwerbsteuer einzahlt, werden Schulen unterstützt. Da die, jetzt sitzen aber die Orthodoxen, davon sind nur 20 Prozent in der Bevölkerung, aber die sitzen zu einem großen Teil in dem Stadtrat, die sind jetzt dafür, die Grunderwerbsteuern zu senken, damit sie weniger für die Häuser bezahlen müssen. Dadurch fällt das Geld aber weg für die Schulen, die sie aber gar nicht brauchen, weil ihre Kinder gehen auf orthodoxe, auf jüdische Schulen. Deswegen gehen die öffentlichen Schulen pleite. Es sind aber 80 Prozent der Bevölkerung, sind Kinder, die in öffentliche Schulen wollen. Also bringt das ganz, ganz viele Probleme mit sich, obwohl es nur um diesen Draht geht, der das alles ausrüst. Du hast dich ja in dem Film klugerweise mit Kommentaren völlig zurückgehalten. Aber was würdest du persönlich denken, wenn man jetzt direkt vor deiner Haustür in Hamburg einen E-Ruf errichten wollte? Ich möchte gar nicht sagen, was ich jetzt da für mich bei uns in Hamburg denken würde. Ich weiß es nicht, wie es sich ergibt. Es ist halt, es beginnt da immer mehr die Leute zu spalten, weil die Interessen einfach so gegeneinander leist. Ich ein ganz interessantes Phänomen finde, ist zum Beispiel, wie tun sich die Menschen zusammen, um etwas auch durchzusetzen. Und meine halbe Familie, die Panaman, die sagen ja, wir Schwarzen, wir gehen nicht regelmäßig wählen, wir sprechen nicht mit einer Stimme, wir machen halt jeder immer nur klein, klein vor uns hin. Die viel kleinere Gruppe von orthodoxen Juden spricht aber mit einer Stimme. Das heißt, die entwickeln Kraft. Die ganzen anderen Religionsgruppen haben keine Kraft, weil sie jeder nur für sich denken. Und deswegen können sie sich überhaupt nicht dagegen adäquat einsetzen können.